Dieses Plakat, so wie bei der letzten Wahl, das fand ich auch ganz toll. Also erstmal sehr schön, da hab ich erstmal gedacht, oh guck mal, der Bio-Leg ist jetzt mal den Linken. Da freut man sich, ne? Und dann guckt man sich den Spruch an und sieht, Reichtum für alle, als Gesetz. So, da ist erstmal nichts, wird verhaftet. Klasse. Aber was ich denn allerdings nicht verstehe, ist ja dieses Plakat, aber genau wirklich einen Baum daneben, ne, sah man dann dieses Plakat, nach Mecklenburg-Vorpommern, da machte ich dieses hier ja auch sehr besonders, ne? Das, ja, dann bin ich der Mann wahrscheinlich in Berlin zur Schule gegangen. Ich will noch nur V wie 5% weniger. Gut, das ist ein kleiner Scherz, den kann man als ZDU auch schon mal machen. Heute ist das anders als früher. Schauen wir mal so, wie das früher war. Hier ein Beispiel, auch ein sehr schönes Beispiel.